so und damit herzlich willkommen zurück zu tomb raider 2 nachdem ich ja in der letzten folge ein vollidiot war ja habe ich dann doch irgendwann geschafft das werden wir mal zu wenden und dann abzuspeichern das war super aber gut ja wir sind jetzt hier in wo sollen wir jetzt barotty barolles heilert so lesen schwierig ok so ah das ist eine ratte ich dachte sie wird tot ok und ich hatte es richtig anzipiert ok er kommt wahrscheinlich jetzt er wird nicht hochkommen ok er wird hochkommen aber hat ihnen nichts gebracht gut es hat ihm nichts gebracht so wir haben jetzt zwei kleine medikits ein großes ist immer gut ich bin jetzt froh dass wir wenigstens irgendwas hier haben nachdem es ja im letzten part nicht so gut aussah kommen wir denn da oben mal bitte hier danke schöne musik so schön gefährlich okay der nette herr ist da im boden okay 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 ich kann mich dann etwas kann sich aufschießen danke leber vielen danke leber ist hier noch was ah ein medikits sehr cool dann kann ich gleich sogar eins nehmen ich wollte es jetzt nicht nehmen weil anscheinend haben wir so einen kleinen mangel an medikits aber gut dann darf ich das doch nehmen okay ihr seid doch straight out of kann man das schrecken oh sorry keine gute idee egal was ich hier mache das ist blöd ich sehe hier nichts kann man hier kurz noch flair haben hier ist nämlich ein hebel gut okay da geht dann das tor auf hier hört auf wo ist der haken nehmen wir erstmal medikits nehmen wir erstmal medikits und dann gucken wir wo der haken ist der haken ist nicht existent sehr komisch von einem tomb raider spiel aber anscheinend gibt es hier wirklich keinen haken okay wir können da definitiv hoch so warte mal was hat denn okay leber wir können da nicht definitiv hoch aber wir können hier definitiv hoch da wird doch Lara groß genug sein um da nein sie nicht okay dann machen wir es anders okay ich bin zu blöd ich bin zu blöd okay was ist mein problem okay so geht es sehr schön okay hier aber nichts okay die schiebe ich hier hin so du kommst hier ganz nach hinten wobei nicht ganz weil da ist eine wand im weg und an der komme ich jetzt nicht wirklich vorbei okay was ist das hier für ein Mist warum ging das nicht so ich glaube ich kann das dann jetzt so dahin schicken sehr gut okay hier nur angemaltes Gemälde Portrait ach was weiß ich für ein Mist okay ähm springen das sollte ich nochmal lernen das habe ich aber jetzt wieder drauf sehr schön so gut dann machen wir es anders so so kommen wir definitiv dann okay aha so speichern wir mal eben ab also hier werden wir deutlich öfters speichern als in Tomb Raider 1 ist ja jetzt schon der Fall das war öfters speichern als was zu diesem Zeitpunkt schon vorher gemacht haben oh Gott okay das äh war anscheinend nicht so richtig ich glaube ich weiß sogar wo wir hingehen müssten da war nämlich glaube ich auf der rechten Seite noch was und ich glaube da hätten wir äh hingehen müssen so so jetzt da und ich meine hier und ne hä okay jetzt bin ich verwirrt ähm gut warum gab es jetzt hier ein Problem oh hi was war seine Mission und von wo kam er das sind alles äh interessante Fragen aber äh ich finde darauf leider keine Antwort gut dann äh gucken wir doch noch einmal wegen dem hier vielleicht muss das ja so sein also wenn das hier wirklich das ist was sie von mir verlangen dann kurde sein ihr seid Schweine ihr seid Schweine ich hasse euch kurde sein ich hasse euch ach Gott können wir doch nicht wirklich sagen dass sie das von mir erwartet haben okay und was haben wir jetzt achso ne hier da runter glaube ich ne ja das sieht richtig aus dann speichern wir hier damit wir den Weg nicht nochmal gehen müssen zack sehr schön hallöchen ah hundi ah noch einer kommt noch ein Hund sieht nicht da aus doch noch ein Hund und dieser Hund kann auch schießen okay er hat nichts für uns ist natürlich sehr schade aber gut oh Gott bist du blöd kannst du damit jemanden verletzen ich glaube das wusste ja noch nicht deswegen fand ich es wichtig ihnen das nochmal zu sagen so ah Hund und Schläger oh er hat zwei sogar ich würde gerne wissen von wo die kam weil hier sind noch nicht da die haben sie wahrscheinlich unter den Tüchern versteckt das das wird sein oder ob jetzt den Hund anzuschießen hätte nichts getan so hallöchen so habt ihr Medikit für mich nein natürlich nicht hast du eins für mich nein natürlich nicht dann halt nicht dann nehme ich halt das sieht super aus okay ich liebe die das spiel jetzt schon äh so aber okay wie es weiter geht sehen wir dann in der nächsten Folge von Tomb Raider 2 bis dann haut rein und tschüss das